und damit ein herzliches willkommen zu einer weiteren folge minecraft weiter geht es immer noch in der höhle ressourcen abbauen da wir in der letzten folge doch noch einen zweiten eingang ausgang gefunden haben zum glück wieder ein leeres inventar so die frage ist wo sollten wir jetzt mal lang hier ist dieses spaßbord gut hier oben haben wir auch noch kohle ok da kommen wir nicht ganz dran sondern stücke höher bauen so die tatamom und das ist auch noch eisen Nice. So. Oh. Hm. Okay. Okay, so. Das passt. Können wir auch nochmal Eisen? Oh, shit. Haben wir nur Kohle. So viele Ressourcen und das unter unserem Haus, das ist abartig. Ups, da ist uns schon wieder der Nagel abgebrochen. Hier haben wir noch Eisen. Mensch, das läuft an Ressourcen ziemlich gut. Nur an Diamanten mangelt es. So. Oh. Noch mal Eisen. Das ist dunkel. Von dort sind wir gekommen, glaube ich. Mal gucken. Da gänge es zum Ausgang. Also hängen wir da mal einer ran. So. Da und dann da. Was hat man hier vielleicht noch in der Rand setze? Da haben wir nochmal Kohle übersehen. So. Nur aber. Le Fakil. Ja. Da. Oh. Oh. Einen Schlag, der war weg. Das haut auch nicht hin. Na ja. Mal gucken. Wir haben mal wieder Lava. Okay. Okay. Machen wir mal weg. Und setzen hier eine Fackel. Da können wir schon mal hier die Kohle mit abbauen. So. Alter. Ist das geil. Da bläckt doch schon wieder Gammelfleisch rum. Oh. Da geht es aber nach unten. Okay. Wie viel Kohle hier ist. Das ist schon abartig. Scheint auch noch Lava-Nonne zu sein. Es blubbert ganz schön. Das ist jetzt mal hier eine Fackel, damit er nicht gespumt. So. Mal gucken. Ne, da ging es nicht da runter. Hier jetzt. Ja. 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 Ich würde sagen, setzen wir so ein paar Fackeln hin. Damit wir auch wieder rausfinden. Und da sehen wir ja dann schon diese Fackeln. Genau. Mal gucken. Ob das was wird. Da haben wir nochmal Eisen. Da haben wir Eisen. Oh nee. Schon? Oder habe ich die gerade gesetzt? Ich bin gerade verwirrt. Irgendwo ist das Gammelfleisch. Das wütende Gammelfleisch. Wo lang? Der kann reizt irgendwie mehr. Aha. Da hatten wir Wasser. Oh shit. Ist aber viel. Ach, hier bleibt er rum. So. Der ist schon mal weg. Alter. Geil. Wir haben aber ein riesen Glück mit dieser Höhle, ey. Muss man hier nach oben bauen. Dann können wir mal wieder hochkommen. Ordentlich. Vorher muss man es vergessen. So. Fackeln haben wir ja zum Glück genug. Von da oben kommt es. Ah, von da oben kommt es. Oh Gott. Oh Gott. So, hier ist schon Sackgasse. Okay, da kommen wir wieder zurück. Können wir hier gleich mal das Wasser stoppen. Und, und, zack. Uh, Gold. Cool. Hä? Hä? Moment. Hä? Ah, hier ist die ursprüngliche Höhle. Ah, cool. Okay. Auch schon wieder zurück. Wir bauen jetzt erstmal alles systematisch ab. Haben wir zum Glück genug Spitzhacken. Schnell noch was snacken. So. Oh, da waren die Fackeln schon mal leer. Unter uns, oder über uns kloppert es ganz schön. Wie das ist, dass das jetzt hier unter dem Gold ist. Ne, gut. Aus Gold in Ruhe abbauen. So. Dann haben wir noch Kohle. So viel Ressourcen. Und das ist wahnsinn. Und das ist wahnsinn. Wir haben auch sehr viel Pech mit Diamanten. Das ist doch noch eine Höhle. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Schnell mal eine Fackel setzen. Wie bei uns. Irgendwo ist böses Calcium. Hier ist ein Haufen Fackeln. Hier waren wir schon mal. Ach was. Hier ist der ursprüngliche Eingang. Oder was? Gut. Zwerger Sprengpulver. Wahnsinn. Hier haben wir Gold. Oh yeah. Oh. Schon mit der Donagel abgebrochen. Drei haben wir noch. Der ist hin. Ach so, viele Ressourcen. Nice. Ich habe noch so viel Platz im Inventar. Mal gucken. So. Da noch. Und hier noch. Okay. 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 Wie viel ist denn noch hier? Ach du Scheiße, haben wir kaum noch Platz. Und hier blubbert es schon wieder. Äh, cool. kleine raum und pülze gewachsen sind ist ja viel zeug schon mal da hochbuddeln so von da sind wir gekommen ja da ging es zum ausgang solche war ja dieser genau muss man hier lang ist es hier also gut hier lang und schon wieder kohle kohle ohne ende so dumm wie das kling mag aber irgendwie kann ich bald keine kohle mehr sehen wie wärs mal mit diamanten oder haufen eisen oder haufen gold wollen wir uns da was eisen betrifft ja auch nicht beschweren können aber soviel kohle das ist schon abortig so der sind der ist hin ist das jetzt nur oder ist das ist nicht der ausgang können wir mal hier oben gucken ach ich sehe schon wieder wir sind bei überlängen bis das kalte soviel zeug das ist ja abortig so leute wir sind auf jeden fall bei überlänge das war's jetzt mit dieser folge schon wieder unterstützen mich doch wenn es euch gefallen hat mit dem kommentar daumen oder abo oder alles ich bedanke mich natürlich wie immer fürs zusehen und bis zum nächsten mal tschüss